So, willkommen zurück, Derpyoten, Knorker am Rohr, Truck Simulator 2. Ja, wir sind jetzt hier im Hafengebiet von Rotterdam am Europort und ich bin mal gespannt. Wir haben uns ja für das letzte Mal aufgehoben, was uns das hier erwarten wird. Ich muss sagen, ich erwarte nicht ganz so viel, wir können irgendwo reinfahren, Kling, okay, und ich bin drüben. So, wirklich die Fahrt auf der Fähre. Geh weg. Ja, genau. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Genau, es fährst halt auf dieses Symbol drauf, macht Kling und dann bist du drüben. Nichts mit auf Fähre drauf, aber so, natürlich schade. Schade, schade, schade. Komm, wir lassen es vor. So. Okay. Dover. Landen, verpenden. Ja, Dover muss ich, oder? Ja, ich bin nur rüber gefahren. Ja, gut. Nee, ja, Harvich. Okay, warte mal. Nee, da, hoffen sie nicht. Okay, Harvich. Los geht's. Aufbrechen. So, bin ich jetzt auf der Fähre, oder ich fahr nur rüber? Ja, ich fahr nur rüber. Ja, ich bin noch rüber gefahren, ja. Schade, schade. Hätt' ich mir da ein bisschen mehr erhofft, wie dem auch sei. So. Moment mal kurz. Okay. Was ist da? Kommt da oder was? Nein, kommt nichts. Gut. Ah, da kommt was. Dammit. So, jetzt. Ja, jetzt muss ich auf der falschen Seite fahren. So. Na ja, ist. Ich bin's ja gewöhnt. Eine Zeit lang habe ich ja ein paar Jahre in Irland gelebt. In Australien auch schon gefahren. Von daher ist nur eine kleine Gewöhnungssache. Felix. Wer haben wir noch? Ah, ist gar nicht mehr weit. Ups. Speed Cameras. Ist ja gar nicht mehr weit. Nur 30. What? 30. Achso, ja. Baustelle hier deshalb wahrscheinlich. Ja, also auch's Gas geben könnte auch schöner, wenn es wirklich tatsächlich auch analog wäre. Also halt wirklich ein bisschen drückt, ein bisschen Gas machen. Wenn man viel, wenn man lange kräftig drauf drückt, dann gibt er mehr Gas. Aber na ja. So. Okay, müssen wir aber hier mit dem Kreisverkehr rum. Uuuuuaah. Felix Tove. Höh. Sie. So. Ankunftszeit ist geplant für 1 Uhr. Ist das es um halb zwölf? 30. Oder sind es hier Meilen? Ne, in England wird doch... Ne, ne, wird auch KMH angezeigt. Okay. Ne, ne. Also ich meine, ich... Ich kann mich nicht erinnern. Also in Irland wird alles in Kilometer angezeigt. KMH. Denk ich mal, das wird in... Großbritannien genauso sein. So. Felix Tove. Oh, der Mond scheint helle. Als der Laster blitzschnelle langsam um die Ecke fuhr. Hm, so. Hm. Tomat 53, 53 Uhr ist okay. Ups, äh, ne. Ups, sorry. Oh, es regnet ja nicht mehr. Ja, die ganze Zeit meinen Scheibenwischer angelassen. So. Echt nur 50 hier? Ey, abtüren. Und geradeaus. Ah, es macht nur Schnellstraße. Ah, ist die Hard Shoulder. Noch nicht mal, das ist sogar die Überholspur. Oder Ausweichspur. So. Ich muss Schnellfahrn. Ne, nur 50. Ich habe gerade kein Schild gesehen, muss ich sagen. Na, gibt es ein Gas mal. So. Ah, hier ist die Hard Shoulder. Ich weiß nicht, wie es eigentlich so genannt wird. Hm, keine Ahnung. So. Ah, jetzt gehen wir gleich hier auf die Autobahn. Oder Speedway. Motorway. Oh, ist immer falsch gefahren. Ach, nee. Ach, scheiße. Äh, uncool. Oh. Nein. Und jetzt? Wie wende ich hier? Ach, nö. Abtüren. Äh, die Straßenführung ist echt eng. Nö. Nervig. Ja, wenden. Ich weiß, ich kann ja nirgends wenden. Ach. Crap. 50. Das ist 50. Äh, wir müssen runter auf 60. Das muss okay sein. So. Zack an. Oh, hm. Wo kann ich wenden? Äh. Ich kann nirgends wenden, ja. Gas geben. Ah, da vorne kommt. Ja. Ja, Abfahrt. Äh. Scheiße. Das war jetzt nicht geplant. Ich hab schon ein paar Mal gedacht, mit dieser Abfahrt, dass auf einmal die normale rechte Spur, in dem Fall die linke Spur einfach, zack, runter geht. Äh. So, jetzt mit mir. Jetzt glaube ich, hier können wir jetzt runter. Ja, 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 ja. So, ähm. Ja, von wegen. Och, nö. Ich kann doch nichts wenden hier. Ey, das darf nicht wahr sein. Ja, ich kann doch nicht wenden, ich kann jetzt nur rausfahren und tanken. Ja, das bringt mir recht wenig. Toll, es kommt schon eine Stunde später an. Oh, ich muss bis zum... Äh. Ja, leck mich am Arsch, ey. Was denn? Ah. Ja, Autobahn halt. Nur einmal drauf. Tja, kommst ewig nicht runter, wenn dich einmal verfährst. Oh Mann, ey. Äh. Ja, okay. Ähm. Ah, hier kann man jetzt runter. Sehr schön. Gut, 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 gut. Ach, wir haben nicht... Nein, ich füße dich jetzt an, ist mir scheißegal. Ich muss runterbremsen hier. So. Aha. Okay. So, wir kommen jetzt... Wie komme ich jetzt bitte wieder auf die... Nee, oder? Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Scheiße. Ich konnte gar nicht wenden. Ich kann hier nur auf die andere... Ich muss ja einen riesen-mega-Umweg fahren. Boah, was denn scheiße, echt. Blöder, Navi. Crap. Ich hoffe mal, dass da irgendwo bald ne... Ja, ja, ja. Ey, jetzt... Ich muss bis nach London fahren, oder was? Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann hier nur irgends wenden? Nee. Motorway. Keine beschissene Abfahrt. Okay, okay. Okay, okay. So. Mal sehen, ob da unten irgendwas kommt. Zum Wenden. Ja, Autobahnkreuz. Na, endlich. Ach. Mist, ey. Echt. Ja, zwei Stunden schon verloren. So. Hm. Okay, hier kommt ne Abfahrt. Ja, ist ein Autobahnkreuz da. Wird das ja wohl möglich sein, jetzt. Hm. M2. Upsi. Nee, oder? Nee, ich kann wieder nicht wenden. Aber das kotzt mich jetzt mal kräftig an, ey. Das kotzt mich kräftig an. Ja, wie? Wie soll ich? Ich kann nicht wenden. Ja, nirgends kann ich wenden. Ich werde immer nur auf die nächste Schnellstraße umge- abgeleitet. Ach, fuck. Echt. Ganz toll. Super. Boah. 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 Ah, Mabie. Das ist echt, das ist echt, echt. Ach, aggro. Scheiß Straßenführung. Das ist echt, das ist echt, das ist echt. Ach, es liegt an dem Spiel. Es liegt nicht. Also, hm. Ja. Der Navi zeigt an. Wenden, 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 wenden. Ja, Crap Navi. Echt unglaublich. Ich mein, es wird keine Alternativmöglichkeit angezeigt, außer nur umdrehen, umdrehen. So, okay, da kommt jetzt irgendwie Service. Kann ich mal runterfahren? Ach, guck, da muss es aber die Möglichkeit geben, dass man auf die andere Sprung rüberkommt wieder. So. So. Ich, ich, ich stinkig hier. Uuuhuuhuuh. So, Arschlecken. Es bleibt nicht so bescheuert stehen, ey. Was ist für Pfeifen? Unglaublich... Ja, 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 ja. So, ob man es hier wenden kann? Service. Ja, kacke. Service nur. Komm mal raus hier. Ich habe das dumm für Gefühl, dass man hier nicht wenden kann, irgendwie. Nee. Gar nichts. Nichts, nada, nirgends zu wenden, nee. Ich muss echt weiterfahren. Echt jetzt? Ja. Ja. Ich bin genervt. Knocker ist genervt. Scheiße, echt. Wo geht es denn da hin? Hm. Ja, ja, wahrscheinlich nur einen anderen Teil von der Tank. Ja, fahre ich halt weiter. Ach, was ein Mist, ey. Give way. Ja, ja. Ähm. So. Wie weiß ich, die Karte sagt. Ja, guck, wieder irgendwas. Ja, guck, da müsste wohl möglich sein, jetzt. Da müsste es doch echt möglich sein. Wird es ja gar nicht. Hm. Hm. So. Ja, Dover. Ey, jetzt bin ich fast ein Dover unten hin. Unglaublich. Ich komme stunden später an, wegen einmal ein bisschen Verfahren. Keine Möglichkeit zu wenden, irgendwo, whatsoever. So. So. Jetzt mal schauen. Äh. Ui. Ah! Nee, oder? Äh. In einer blöden Leitplanke hängen geblieben. Mann. Unfall verursacht. Ja, leck mich am Arsch, ey. Mann, du siehst, dass ich hier am... Äh, geht das... Wand-Blink-Licht eigentlich nochmal. Ne, ist die Karte. Vielleicht mal kurz nach, ist mir egal. So, Wand-Blink-Licht. Äh. Ach, F. Super. Sehr gut. Ja. So, und nun? Ähm. Ähm. Moment mal. Okay. Ja. Super toll. Ey, so müssen wir die ganze Scheiße zurückfahren. Ja, aber das mache ich jetzt heute nicht mehr. Das mache ich das nächste Mal. Ja, zurück nach London. Klasse. Okay. Alles klar. Knarker ist verfahren. Hat die Schnauze voll. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye-bye. Macht's gut. Bye-bye-bye. Bye-bye.